Aline Daniel und mir gefällt die Ohren? Sehr gut, also der erste Eindruck gefällt mir sehr gut. Ich konnte jetzt schon zwei Tage hier trainieren und mir gefällt sowieso immer Schweden und Norwegen. Und ja, ich bin begeistert. Und der Schnee und der Strecke? Wie geht es? Der Schnee ist recht aggressiv. Ich liebe aggressiven Schnee, also von dem her passt es für mich. Deine Ziele für die WM? Sicher einfach meine Trainingsleistung umsetzen und so schnell fahren wie ich kann und dann sehen wir was rauskommt.